Hey Leute, willkommen zurück zu Belfield. Heute mal hier im Schneeparadies. Schon lang nicht mal gezockt, die Karten hier. Kommt aber auch selten, muss man sagen. Schauen wir mal rein hier in das gute Kirchleine. Aussehen tut es voll geil hier, das muss man sagen. Oh, da steht direkt ein Panzer in der Tür. Hey. Halt's Maul da. Kommt doch schon wieder einer. Gut, dass der blöder war wie ich. Das stimmt, man konnte hier überall hoch, ne? Was schreit denn da so? Kann ich da, kann ich von hier schießen, oder? Oder schieße ich hier in die Mauer rein? Der Panzer steht da immer noch, ne? Und ballert da rein, ja. Der Panzer ballert sich da ein. Was ist das, ne? Schauen wir mal raus hier. Von wo die angreifen, ne? Da. Ah, das ist nicht so genau, das Moped hier. Da muss man anders schießen. Oh, 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 oh. Gehen wir mal weg. Okay. Die ist nicht so schön genau wie die M19. Dafür schießt ein bisschen schneller. Und kommt schneller ins Visier. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Der hat sich da reingeschlichen, der... Schwengel, der... Der... Hast du den nicht gesehen in der Ecke, oder was? Oh, hier draußen auch noch. Die nehmen uns das schon weg, oder wie? Oder was? Oder wo? Nein, hier in die Pistole noch. Bitte. Jetzt gucken wir, ob der da noch ist. Natürlich. Und er ist nicht alleine. Oh, oh, oh. Schau, da ist der immer noch. Ey, und der sprengt mich. Na, der hat mich nicht weggesprengt. Ich dachte, der sprengt mich. Der Sunny da, Alter. Pass auf, wo ist der Sunny? Wir müssen uns erst um den Sunny hier kümmern. Und habt ihr den geholt? Scheiter geholt zurück. Guck mal, Alter. Die sind da immer noch, oder was? Kriegt ihr die da aus der Ecke nicht raus? Aber die werden jetzt hin sein, da, oder? In der Ecke. Hoffe ich doch wohl. Ey. Du Arschloch, du. Wo kam der denn jetzt wieder her? War das der Typ, der da vorher in den Ecken gecampt hat, oder was? Wundern wird's mich nicht hier. Ah, ich glaub, der ist weg, da. Da ist keiner mehr. Oh, oh, oh. Wo kam das her? Was für Patrone, Alter. Hä? Da hast du Patrone. Was ist denn nur fragen? Dann gebe ich dir Patrone. Geh mal weg, da. Ah, er hat ihn. Gut platziert, du Arschloch. Holt mich hier der Sunny. Ja, der holt mich. Der ist der beste Sunny. Tschüss da. Der nehmen wir auch. Der nehme ich auch. Kommt noch einer. Komm, ich hab noch 93. Da hinten. Da ist schon wieder eine Granate an mir vorbeigeflogen, ne? Wo ist denn der Schwengel mit seinen Granatenwerferei, da? Ich granate dich. Aufpassen auf die Snipper. Auf die Snipper aufpassen. Oh, je, je, je. Da war ich auch schon wieder gierig, ne? Da hab ich einfach wieder nur Schwein gehabt jetzt. Diese Gier unbedingt, ne? Da muss man immer aufpassen. Die Snipper hängen da in den Häuser. Oh, oh. Der muss weg. Steht er genau hier vor der Tür, ne? Jawohl. Mein Gott, nee. Er trifft genau mich. Und jetzt kein Sunny hier. Bitte. Hast du Patrone? Guck mal, die... Guck mal, Alter. Irgendwas ist hier verpackt. Da kann man keine Patrone hinschmeißen. Dabei schmeiß ich da so gerne Patrone dahin. Wir haben Einsatzziel, Cäsar. Er quatscht sich da hin. Komm, wir gehen... Wir gehen wieder zurück. Wir holen uns C. So geht das hier nicht. Gehen wir hier rein? Ich weiß diese ganzen Wege gar nicht mehr, ey. Ist das... Ne, da ist zu, ne? Ich kann doch nur Patrone schmeißen. Ich weiß die ganzen Wege nicht mehr hier. Ich sage... Aha. Da haben wir schon so einen Schenkelklopfer. Gucken wir mal. Kann man hier lang? Ja, ne? Oh. Nee. Aber ich will trotzdem hier lang. Guck mal, das kommen unsere Burschis. Das heißt, die müssen ja hier irgendwo sein, ne? Ich sehe Sturbofiker! Ich sehe die Verreißer-Mobbed, ey. Ah, das ist... Das ist aber auch ein Verreiß-Mobbed, ey. Im Gegensatz zur M19, ne? Jetzt bin ich schon ein richtiger Fan von dem scheiß Kleinwagen, den man da in der Hand hält, ey. Du kannst mit der M19 besser ballern auf die Entfernung. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Pass auf, pass auf. Ne? 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 Ich geh aber nochmal auf C, glaub ich. Ja, leck mich doch. Guck mal, ich komm gar nicht mehr raus hier aus dem scheiß Stacheldraht. Und wie viel Energie mir das abgezogen hat. Ja, sag ich ja, da sind noch viele, ey. Deswegen wollte ich ja hier auch nochmal hin. Das ist eben eine Elite-Klasse, oder nicht? Ey, ey, ey. Er kämmt da hinterm Steinchen, ey. Wir verlieren Einsatzziel Werther. Übelst. Jetzt nehmen die uns B auch noch weg hier. Okay, die sind hinten bei A. Ja, wo müssen die hier hin, ne? Kein Wunder, dass die alle bei C sind, ey. Wir gehen trotzdem auf C. Okay, hier ist zu. Kommt da noch einer, ne? Jetzt ist die Frage, ist dieser Steinkamperer noch da, ne? Ja, ich muss da hin, ey. Das hilft ja nichts. Wir müssen da hin. Von da kann keiner kommen. Ich weiß nicht, komm, wir riskieren es. Vielleicht ist der Steinheim ja nicht mehr da. Wir gehen hier wieder durch. Irgendwo ist noch, irgendwo ist noch diese Elite-Klasse, ne? Ich höre den ja schießen die ganze Zeit. Irgendwo hier. Der ist hier irgendwo. Aha. Der ist doch keiner von uns. Wo ist der, ist der hier rausgesprungen? Ja. Scheiße. Da ist auch noch einer. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Hier wimmelt es nur vor den Ärschen durch. Ah, das ist der. Das ist der, das ist der. Ich sag ja, hier ist noch eine Elite-Klasse. Hinter dem Panzer ist der. Aha. Ah, du Schwein, du. Tschüss. Der war eine ganze Zeit lang hier. Der hat hier eine Menge Unfug getrieben, der Schwengel. Der ist noch im Pferdehain hier gekommen, ne? Oder war das unser? Okay, den hast du auch. Ja, 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 du bist auch so eine Patrone, ey. Der immer mit seiner Patrone, ne? Ey, ich bin's. Der mit der Patrone. Okay. ich denke mir dass wir jetzt nach vorne preschen sollten c scheint sicher und die sind ziemlich weit vorgerückt so denke ich mir mal dass wir da auch lange laufen los geht das ich laufe mal lieber hier am rand entlang völlig losgeschwengelt hier kommt man hier nicht hoch oder was ach das hat sich ja echt gelohnt cool dass ich hier hoch bin vielleicht kann man da hinten welche holen kommt halt keiner mehr gehen wir weiter stellen wir rüber dann hat es gegen die wand gepfeffert das ist ein panzer der fährt hier mitten im ding und da steht direkt der panzer okay sind da welche drin oder was das fährt das nervt mich ne ich will das aber auch nicht wegschießen hey da ist einer drin kollege und überall die foot steps hier und das blöde fährt aber keiner tut das fährt weg ne da ist da drin da ist noch einer drin gehen wir weg hier und hier der scheiß panzer da ist klar mit dem scheiß granaten katapult da schmeiß ich meinen panzer hin ne aber na gut wenn es so ist ich weiß nicht du hast ja 5 schaden oder so an dem panzer an dem panzer ne hab ich so ein schwein gehabt hey ist doch gut jungs hier den gaule scheiß gaule doch jawoll schön gaule mc gaule haben wir auch weg gehauen hier granata granata sein vater da ist einer ich wusste es doch nicht oder unten drunter die können irgendwie unten drunter auch ne okay da kommt einer da kommt noch einer da lege ich mich mal genau in das holz hier mal schauen ah der kommt nicht ne schade aber wenigstens weggegast da man ja 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 ich glaube ich wieder meinen eigenen gas hier auch so eine schöne patz situation Können hier unten langlaufen, ne? Ja, da steht der scheiß Panzer immer noch, ey. Oh je, den schieß ich auch an. Da, neuen Schaden machst du damit, ey. Neuen Schaden. Komm, den holen wir jetzt auch noch, das wäre ein Traum, ey. Wenn ich den jetzt auch noch hole, den Panzer, ne? Ich glaube, dann scheiße ich mir an. Der kommt natürlich und will mir den Spielspaß versauen, ey. Schade. Wenn jetzt kein Sunny kommt, dann können wir den Panzer nicht mehr holen, ne? Komm, Sunny, komm. Nö. Der will mich nicht holen. Nö. Ich denke, das war's dann mit dem Panzer. Komm hier, gehen wir zu den Kollegen gleich. Ah. Dass ihr das nicht checkt, Alter. Die sind ja auch wieder vor mir rumgeeiert, ne? Dann trifft man die nicht so gut, ey. Ja, was ist das? Toll. Kann ich nur noch auf B, ey. Gucken, ob wir nochmal vorkommen. Probieren wir, ne? Probieren geht, aber studieren. Jo. Jo. Wo ist der Arsch? Der liegt da vorne, ey. Holt er mich? Geil. Geil. Okay. Oh, ist ja schon aus. Na ja, war ein witziges Röntgen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und mal eine andere Karte, ne? Ich sag mal, danke fürs Zusehen und bis demnächst. Ciao, ciao.